Die Weinkellerei Kunzmann glüht für den Nachwuchs der Augsburger Panther. Unter dem Motto Genießen und dabei Gutes tun bot der Familienbetrieb beim letzten Panther-Heimspiel Glühwein und Punsch im VIP-Bereich an. Es ist eine Spendenaktion für die nächste Generation. Beim Spiel am 29. November sollen die Heißgetränke für jeden im Stadion erhältlich sein. Das Besondere an unserem Glühwein ist erstmal grundsätzlich, dass der Augsburger Christkönüglwein, der hier ausgeschenkt wird, noch immer nach dem Originalrezept meines Vaters bei uns mittlerweile in Dasing hergestellt wird. Es gibt auch eine schöne Kooperation mit der Stadt Augsburg. Wir dürfen deswegen auch das Stadtwappen der Stadt Augsburg verwenden auf unserem Christkönüglwein. Und generell diese Glühwein, wie alle Glühweine, die wir herstellen, sind ohne jegliche Aromen. Die Weinkellerei Kunzmann spendiert für das kommende Panther-Spiel seine Heißgetränke. Die Einnahmen der Spenden für die Eishockey-Jugend werden von ihnen noch verdoppelt. Junge Talente sollen so die Möglichkeit erhalten, an den Profisport herangeführt zu werden. Die Weinkellerei Kunzmann ist eine tolle Firma hier aus der Region. Diese haben wir sowieso am liebsten. Und er engagiert sich freiwillig, das hat er in der Vergangenheit auch schon gemacht, für den Nachwuchs. Und dann ist ihm in diesem Jahr diese gemeinsame Nachwuchsaktion eingefallen. Hier zuerst im WIP-Bereich und dann zwei Wochen später im Public-Bereich. Und ich finde es einfach eine tolle Sache, ein tolles Zeichen, auch hier von der Region für die Region. Seit fast 60 Jahren steht die Weinkellerei Kunzmann für Qualität und Geschmack. Die Zutaten der Getränke stammen 100 Prozent aus ökologischem Anbau. Die Rezepturen verweisen auf eine lange Unternehmensgeschichte. Immerhin ist der Betrieb die älteste Glühweinkellerei Deutschlands. Glühwein ist ja etwas, was man natürlich sofort immer mit der Weihnachtszeit verbindet. Es ist ein Glühwein, der hier speziell durch den Barikton eine besondere Note hat. Und der schmeckt einfach gut. Das muss man sagen. Ein Glühwein muss schmecken. Jetzt, wo draußen winterliche Temperaturen herrschen, schmecken Glühwein und Punsch noch viel besser. Trinken für Engagement und Förderung der Jugend. Eine gute Sache. Okay.